Wir werden uns jetzt mal kurz auf Spotify mal kurz das Ding geben, hier Abgrund von Spuddi Sputnik. Also die Hook ist erstmal gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin noch nicht ganz warm mit der Hook. Ich glaube, da müsste ich erstmal so ein paar Mal das nochmal hören. Vom Beat hat man noch nicht so viel gehört, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit dem Part ist, ob sich da der Beat noch ein bisschen verändert. Bis jetzt klingt dann auch sehr chillig und nicht so druckvoll. Das war auch geil, ne? War da für die Familie, doch die ließen ihm fallen? Und ja, der singt das so gesehen aus der Perspektive des Obdachlosen und ja, der geht da schon gut in die ganze Materie rein. Aber warum mit Autotune? Ich weiß nicht, also ich hätte mir das gerne partmäßig ohne Autotune gegeben. Ich bin eher so der Fan von, wenn es halt in der Hook vielleicht mit Autotune ist, aber die Parts halt wirklich so schön mit der echten Stimme sind. Ich weiß nicht, was hat das Schlimmes getan? Warum hat ihn dieses Leben auf den Boden geschlagen? Alles kann so schnell zu Ende gehen. Gestern noch gestanden in der Blüte des Lebens. Von heute auf morgen am Abgrund stehen. Als jeden Tag kämpfen, um zu überleben. Alles kann so schnell zu Ende gehen. Gestern noch gestanden in der Blüte des Lebens. Von heute auf morgen am Abgrund stehen. Als jeden Tag kämpfen, um zu überleben. Ja, das was mich halt ein bisschen an der Hook stört, ist jetzt nicht der Gesang, sondern dass sie halt ihren Mund nicht ganz aufkriegt. Ja, am Abgrund stehen. Na, 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 na. Habt ihr gar nicht gesehen? Weißt du so, dass man das, dass man den Mund aufkriegt. Ja, die nuschelt das ein bisschen halt. Die singt das und so ein bisschen vernuschelt halt. Weißt du so, dass man das wirklich so ein bisschen vernuschelt beim Singen so. Und das ist das, was mich ein bisschen das ganze Ding halt madisch macht. Ja, also von der Hook her. Und ich mag es halt generell nicht, wenn es ein Part mit Autotune ist. ich mag es so im Hintergrund ja vielleicht als Adlib nochmal so, dass das ein Adlib nochmal ein bisschen so mit reinkommt oder die Stimmung nochmal ein bisschen hebt wenn es gerade in die Hook reingeht und sowas, aber in der Hook wie gesagt gefällt mir das halt nicht weil die halt ihren Mund nicht aufkriegt und es halt ein bisschen vernuschelt klingt und ja manche mögen diesen Nuschel-Style, manche halt nicht so, ich bin halt in diesen Topf reingegangen so, wo ich halt den Nuschel-Style nicht so feier, ich mag es halt eher wenn man es direkt hört, ja so dass man ohne Nuscheln er legt sich abends in den Dreck unter die Brücke zum Schlafen manchmal rützt er seine Arme um den Schmerz zu ertragen in seinem Spiegelbild, da sieht er einen gebrochenen Mann von den Menschen ignoriert oder sie spucken ihn an die Straße machte ihn zu einem anderen Mensch er hat schon lange keine Kraft mehr und will alles beenden er sah viele Menschen draußen auf der Straße abrieren sie sind nicht mehr aufgestanden einfach liegen geblieben er denkt alles nur ein Traum und er wacht irgendwann auf in seinem alten Haus zwischen Kindern und Frau er würde gern mal wieder laufen doch die Beine sind taub seine Frau hat ihn sein Leben und das Lachen geklaut er war ein gläubiger Mensch und hat sein Karma geklaut aber auch gut seine Frau hat ihn das Lachen und was hat ihn noch geklaut hier seine Frau hat ihn sein Leben und das Lachen geklaut aber guck mal da gehören immer zwei Leute dazu und klar man kann da noch ein bisschen was reininterpretieren und sowas und ich frag mich dann einfach nur so es geht aber nicht immer nur darum dass man den einen die Schuld gibt ja sondern dass man halt sagt warum ist das überhaupt passiert so und zu sowas gehören immer zwei Parteien ja das heißt es gehören immer zwei Leute dazu also ich denke mal die alleinige Schuld liegt nicht nur bei der Frau so weißt du was ist denn überhaupt wenn der Mann der Mann trägt auch eine Mitschuld ja vielleicht haben die dadurch gestritten oder irgendwas oder ihm ist die Hand ausgerutscht keine Ahnung was aber am Ende sucht man sich halt immer den Schuldigen raus so und das ist halt der falsche Weg ja man sollte eigentlich so bei sich selber halt halt erstmal gucken ja dass man erstmal mit sich selbst in Reihen kommt so und hey ich verstehe das sowieso nicht dass man in Deutschland so ist es eigentlich muss man gar nicht auf der Straße hungern man muss normalerweise gar nicht auf der Straße leben so ja aber so gesehen man hat man hat Möglichkeiten ja hier ist es anders als wie in dritten Weltländern so und ich verstehe es nicht man also das ist halt so eine Sache ne jeder sucht sich ja seine Sache ja aus ja ist halt sehr trauriges Ende auch dass er sich dann das Leben nimmt anstatt dass er irgendwie am Ende vielleicht ja aus der ganzen Sache irgendwie sich rauskämpft ja auch weil man nicht mehr der Alkoholiker ist dann vielleicht weiß nicht eine eigene Wohnung irgendwie weil ich mag das eher wenn es positives Ende hat ja so happy endings alter das ist eher so mein Fall also ich hätte mir gerne ein happy ending gewünscht dass man da nicht irgendwie ja okay der stirbt am Ende sondern einfach so der hat trotzdem sein Leben irgendwie ne so motiviert halt dass man es ein bisschen motivierend macht so dass man den Leuten halt einen Lichtblick gibt sagt so ey hier man kann es aber auch ähm man kann es aber auch schaffen ja man kann es auch dieser Sache rausschaffen so es muss ja nicht unbedingt mit dem Tod damit enden sondern äh wenn du wenn du stark an dich glaubst wirklich dieses Ziel weiter durchziehst so ja wirklich versuchst da aus diesen aus diesem Loch rauszukommen so aus diesem Tief äh dann packst du das auch ja und du kannst dann den anderen Leuten ein gutes Vorbild sein so gesehen ja weil du ja durch diese ganze Scheiße ja gegangen bist und äh der beste Fall wäre natürlich wenn er am Ende dann äh doch wieder Frau und Familie und sowas weißt wenn das wieder alles im Einklang wäre so weil er hat sich geändert er weil ich denke nicht dass die ganzen Probleme nur an äh an seiner Frau liegen und sowas ja so dass sie in sein Leben versaut hat so gesehen äh wenn dann muss es ja eine richtige eine richtige Hexe sein ja so gesehen weil es gibt natürlich Frauen so ne aber da da muss man halt ähm aber auch nicht verallgemeinern weil das ist wirklich nicht äh oft so äh es gibt halt Frauen wenn deswegen ähm sag ich auch immer Ehevertrag Alter Ehevertrag ja wenn du kein Ehevertrag wenn du richtig Kohle hast machst kein Ehevertrag ey dann hast du dann bist gefickt ja weil dann kann die wirklich dein Haus beanspruchen alles ja dann ist diese Frau die du geheiratet hast und die eigentlich ja so prima und alles war ist dann nicht mehr da ist dann einfach nur noch ein Teufel ja und äh das hat man schon öfters erlebt so hat man schon öfters gesehen dass äh die dann dein ganzes Leben zerstören können ja wenn du denen die Macht gibst so gesehen die können dein Auto nehmen die können dein Haus wegnehmen die können deine Kinder wegnehmen ja die können alles ja so und das ist das ist das ist traurig das ist heftig alles wie gesagt ich feiere es richtig hätte das Ende persönlich auch genauso geschrieben also Props gehen raus ne ich hätte das Ende anders geschrieben also hätte lieber so ein bisschen motivierend ja so eine Story die ein Happy End am Ende hat damit man auch sagt hier nicht alles ist direkt mit dem Tod immer am Ende verbunden sondern es kann auch ähm etwas motivierendes sein ja dass man halt den Sprung davon abschafft so und am Ende doch sein Leben in den Griff bekommt ja ich mag solche Endings mehr so gesehen ja aber klar sonst wird der Song ja nicht Abgrund heißen ja ich sag ja nur aus meiner Sicht so wie ich es halt äh am liebsten so ne wie ich es halt gerne gehört hätte so halt kein Autotune in den Part ähm halt der Hook mal ein bisschen mehr aus sich raus gehen und ähm nicht so vernuschelt halt den Gesang ja so das war jetzt Grönemeyer mäßig nein aber ne